Hallo liebe Schülerin, hallo lieber Schüler, wir bleiben bei dem Geschlecht der Substantive und zwar bei den femininen Substantiven. Ja, eine wichtige Regel können Sie sich merken, Substantive und zwar alle Substantive auf die Endung heid sind feminin. Also es dominiert das E im Nominativ, der bestimmte Artikel die, unbestimmt eine, die Negation keine, dann das Possessivprominium meine, deine, seine und so weiter. Links wieder das Substantiv, rechts das Beispiel. Das Substantiv ist die Krankheit. Ja, diese Krankheit braucht Bettruhe, bleiben Sie also im Bett liegen. Die Gesundheit Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Die Freiheit Die Freiheit oder das Freiheitsrecht steht heute in jeder modernen Verfassung. Verfassung ist die Konstitution. Die Gleichheit Die Gleichheit vor dem Gesetz. Auch sie ist garantiert. Die Verlogenheit Die Verlogenheit boomt. Die Wahrheit Ja, die Wahrheit ist oft sehr bitter. Deshalb wollen wir sie nicht hören. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020